hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge ist 7 days to die wir haben direkt besuch hier am anfang ist auch nett ist die nachbarin voll in die eier ja ich wollte ja eigentlich einen auf den latz hauen jetzt warte mal kurz erst mal ja warum noch welche wir haben das war kein guter welche lass ihn mal hochkommen was ist dicker ja lass ihn mal hochkommen mal schauen wir darüber chance ich wollte jetzt mal gleich was gucken und zwar wo ich meine punkte überall verteilt habe das mache ich erstmal als erstes hier die den gesehen den ersten das mein cage in ruhe der ist für ausdauer aber bergbau und hauptader habe ich gut punkte reingepackt ja da habe ich ja auch ein bisschen was ja toll das sah so gut das spiel macht mich wieder glücklich so warte mal ich will eigentlich würde ich gerne mal weißt du was ich gern bauen würde ein haus am see ich meine wir haben sie wir haben das komische ding hier wir haben kein haus und in alp 21 ich schwöre dir ich habe die idee für eine basis das wird so legendär da hast du inspiration bekommen aber nicht nur das ich habe über die inspiration hinweg gedacht habe mir viele gedanken gemacht und habe eine richtig richtig geile idee wie ich das denn machen möchte und weiß auch wie ich das gerne umsetzen möchte also ich fange nicht bei null an ach so wir brauchen ja messing und so ich war schon so lange dass wir gespielt haben ich weiß gar nicht mehr was genau jetzt hier der plan war ich kann den krupp und bogen gar nicht machen die blöde armbrust sagt das nicht so nachher ja aber ich kann mit der armbrust nicht spielen oder ich bin doof die armbrust ist toll da gibt es halt wieder ein spruch war armbrust das beste ich bin einfach nur richtig dumm meine armbrust die kuh liegt bei 25 grad minus das soll ja heute noch mal frost geben ne draußen das soll kalt werden ja da hat mir mein wetterdienst aber was anderes angezeigt da war vorhin bericht dass man die pflanzen die feldempfindlich sind vielleicht erstmal noch mal rein holt oder abdeckt auf jeden fall brauchen wir messing ja da haben wir viele helme ja wollen wir gleich so eine tour machen hier messing holen oder was was ist dafür jetzt aufgegangen das kostet mich meine reparatur kids das aber teuer wie spät ist das überhaupt wir haben und ein uhr 10 jasmin ja ich würde sagen bis auf was brauche ich dafür ich will es ja gar nicht zerlegen oh gott hätte ich aber fast einen fehler gemacht dafür brauche ich und enttiert dich damit regina nicht in ihre tastatur beißt möchte dass das heile bleibt wieso muss das denn ausgerechnet mein verschulden sein vielleicht musst du dich ja auch konzentrieren weil du ja aber das hört sich ja an als ob ich doof bin ja kann man so sagen hast du gut erkannt ja das würde ich sofort unterschreiben ja so eigentlich voll dumm dass ich da wo wir beim thema sind eigentlich voll dumm dass ich die sachen repariere bevor sie vollkommen kaputt sind ja hast du wen eingeladen hey lass den balken in ruhe weg mit dir du ungetüm da war nix mehr dann kann man das ja auch mal ausmachen du unruholt oh lootback meins oh gott freut er sich schon wieder schon lange kein lootback mehr gefunden nur geiler scheiß drin geiler scheiß da war ich ein bisschen langsam rüstungsteile messe gasmin möchtest du ein paar steroide damit ein paar da haben noch eines da kommen noch wer hier oder ich dachte ich hätte eine frauenstimme gehört hey meine stimme ist maskulin mich abart und ich fälle bäume achte ich wirklich eben ach so möchtest du ein paar steroide haben für damit dein darmbart ein bisschen besser wächst brauchst du ärger nein ich packe mal hier rein ja für mich meine schrumpfeier beizubehalten wir müssen trotzdem munition machen so viel haben wir gar nicht ja auch messen auch hier ganz viel messen ich habe hier messen das ist jetzt nicht die welt aber wie viel haben wir denn hier messen zwei messen fünf messen hier ja dann lass doch noch mal eine loot tour machen hier wo war denn ich habe ja hier säubere das gebiet habe ich noch aber das meine ich bei nacht ich höre gar nichts ich werde hier irgendwo aber doch irgendwas ja da wollte ich auch gucken gehen nö hier hinten ist nur eine Krankenschwester ja bei irgendwo war oder war die das ich bin out of ammo jasmin dafür hat es gereicht ok dann war das wohl nur die ja das war nur die haben wir denn hier noch hier für meinen bögen für nutzen reichen die steinfeile ich packe unseren trabant schon mal auf die straße ich sag dir da kommt eine schreierin irgendwo ist da eine hallo ist hier jemand das ist zwar nicht umzäunt aber das ist privat besitz sie befinden sich hier auf unbefugtem gelände hallo ja doch da schreit was auch meine hilfe ich rette sie es kam jede hilfe zu spät jasmin jede hilfe tatsächlich ich kann mich nicht konzentrieren wenn der so viel quatsch wer der petra 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 wir sind eigentlich das geschmiert eben eisner ach hier mal so einmal den peter holen der händler hat zu peter mit peter immer aufgefallen ist peter eine weibliche roboter stimme hat verstanden du hast grübs gibt es glaube ich nicht ach so peter hat mit mir gesprochen ich brauche ein gips ja ich weiß peter aber ich wollte ihn eigentlich nicht wasten er schon fast heile so jasmin wie sieht es aus können wir auf tour gehen bist du bereit das kommt erst einmal da ist die gute frau im gang blei das sollte reichen das sollte reicheln ich habe jetzt ohne mich nö ich warte auf dich außen ich muss noch mal sprit holen noch mal eine runde tanken ich würde so gern schon die neue basis anfangen aber weißt du wovor ich angst habe dass die alpha 21 kommt bevor ich fertig bin allerdings ich habe mir so ein paar kommentare bei den entwicklern durchgelesen ist kann natürlich auch sein dass die alpha 21 erst im dezember offiziell erscheint die hamsburg ist eine termin vergaben ist manche ist bei manchen das nicht schon gibt welche die konnten die testen ja wusste ich doch nicht auf feste hält jasmin was machst du denn da die ganze zeit ich war also erst mal warum wartest du wo ist denn das ding jetzt ach da ja da kannst du mal ein sammel halten ja 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 ach, geh weg habe ich mal reparatur kit drin ja Können wir? Können wir? Können wir? Können wir? Essen habe ich, trinken habe ich. Können wir? Können wir? Oh, nervt doch nicht, Junge. Guck mal, wie hoch ich springen kann. Ich stoße mir den Kopf an der drei Meter hohen Decke. Geil. Ich sollte Basketballer lernen. Obgänge knallt, ey. Und ab geht die wilde Luzi. Die Löcher sollten wir mal zumachen. Guck mal, die ist auf dem Stein. Schade, dass du bei der Fahrt nicht rausschießen kannst. Du musst aber schon mal pullern. Meinst du im Stehen? Ja gut, wir sind 2023. Warum nicht, ne? Ein Zombie ist dem doch egal. Ich muss mal pinkeln, ne? Lässt einfach laufen. Boah, ey, wie du tut mein Knie so weh heute, ey. Bautchen, bautchen. Oh, die Musik ist komisch. Ups, bin von der Straße abgekommen. Was denn das für ne Musik überhaupt? Ich hör keine Musik. Das ist so gruselig. Voll unheimlich. Lass uns dran teilhaben. Hallo. Na gruselig einfach. Ich hab mal ein paar Anhalter mitgenommen. Was ist denn was los hier heute? Oh, und hier willst du hin? Klimakleber! Was? Ja. So, bitteschön. Ja, kein Problem. Ich nehm euch mit. Oh, die sind mir runtergefallen. Oh, oh. Die Musik wird nicht. Ja, das war wegen der Stadt eben. So, komm mal mit, mein Freund. Können wir eigentlich das Auto mitnehmen? Eigentlich haben wir ein Ziel, Jasmin. Wollen wir hier die ganzen Häuser mal looten? Heizkörper? Messing? Komm, wir gehen jetzt hier hin. Warum müssen wir es eigentlich immer machen, wenn es dunkel ist? Weil wir mittlerweile gut equipped sind, oder? Nee. Guck mal, wie schnell die alte ist. Folge dem Licht. Ja. Ja, genau. Patrick, ey. Kein Problem. Oh, die sind schnell. Ah! Habe ich mich gestraften? Dann macht das wieder... Ihr seid mir zu schnell, der kriegt Panik, ey. Alles gut, ich schwitze. Und das nicht jetzt, weil ich mich anstrenge so. Ich will nicht ins Haus gehen. Nee? Eigentlich. Nee, weil ich wieder sterbe. Und ich gebe dir die Schuld, wenn ich sterbe. Ich schwör's dir. Das tust du immer. Ja. Weil du hier auch schuld bist. Aber diesmal haben wir doch beide Waffen. Ist leer, hier waren wir schon. Ich will die Heizkörper und das mitnehmen. Achso. Wo sind die Rege? In der Regel an der Wand. Und hier im Auto war einer. Dass die an der Wand sind, ist mir auch klar. Nee, kann ja auch Fußbodenheizung sein. Ja. Ja. Genau. Warum schug ich mein Auge jetzt so? Alle haben irgendwas. Wir sind eingeschränkt. Haben wir hier drinnen die Heizkörper schon abgebaut gehabt? Ich glaube. Hier waren wir doch erst. Ja. Wir gucken mal beim Nachbarn. Gehst du durch die Garage raus? Ja. Wo bist du denn? Der ist schon so breit, aber trotzdem treffen tue ich ihn nicht, ey. Ich habe ihn getroffen. In dem Bauch. In seinen kleinen Wanst. Da ist ein Hün. Warst du hier am Briefkasten? Ja. Da waren wir doch auch. Ich hoffe, dass wir Heizkörper übersehen haben. Wir brauchen wirklich dringend Messing. Und hier ist Loot. Hätte ich verkaufen können. Ich weiß. So. Ah ja. Morgen steht hier wieder ein Text. Aber bevor ich schon mal hier bin. Was? Hast du das Huhn erschossen? Na sichi. Kommt bei mir auf den Grill. Oh geil. Bei mir auf den Grill. Oh, das freut mich für dich. Ich hoffe, du und deine Freunde genießen das Essen, zu dem du groß eingeladen bist. Sicher. Also bevor du mich fragst, ob ich komme, ich wäre ja gekommen, aber ich habe keine Zeit. Ja, deswegen frage ich auch gar nicht. Genau. Nur deswegen. So. Es gibt Gäste, die möchte man nicht haben. Wieso? Nur so? Wer kommt denn, die du nicht haben willst? Ne, die kommen ja eben nicht. Die lade ich ja erst gar nicht ein. Ah, okay. Ich kann ja kommen, wenn du möchtest. Ach nö. Ach, wenn du mich schon so... Ja komm. Wenn du dich so aufdrängst, ja, dann komme ich zum Barbecue. Nein, für dich koche ich nicht. Na gut. Wenn es denn unbedingt sein muss, Jasmin. Ich komme. Gib dir keine Mühe, du hast mich schon überredet, ja? Haben wir keine Dietriche hier? Du hast mich absolut überzeugt. Hier ist ein Tresor. Ich habe weder Dietrich noch Sprengsatz. Weil ich immer gut ausgestattet bin. Ja, ich habe da jetzt auch nicht dran gedacht. Ja, siehste. Es ist alles deine Schuld. Ich auch. Obwohl, geht eigentlich. Bleib liegen. Warte mal. Die sind endlich wieder langsam, Jasmin. Oh, mein Bücherregal. Weißt du, bei meinem Glück, was ich mir vorstellen könnte, ne? Ich bin das sehen und dann das... Ich gehe an einem Erdbohrer dran. Äh, an einem Bücherregal. Finde das Rezept für den Erdbohrer. Und in dem Moment, breezed mein Bildschirm ein, weil ein neues Update verfügbar ist und dieser Server hier nicht mehr erreichbar. Ja. Kann sein, Patrick. So, genau in dem Moment, wenn ich das Buch lerne, ist die Version hier zu Ende. Ja. Liegt im Anbetracht des Möglichen. Oder Jasmin? Ja. Kann alles passieren. Das heißt, alles kann happening. Ne? Ne? Was? Ne? Wie ist die Franzose sagen? Ne? Ne? Die sagen doch nicht, ne? Wö, 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 wö. Work, work, work. Kaffee. Damn, girl. You're a figure. Ähm. Oh, genau. Kommt jetzt hier wer? Ich find dieses Meme so geil. Damn, girl. You're a figure. Musste laden. Genau in diesem Augenblick, ey. Und dann knallt die mir eine. Hast du verdient. Why? Warum nicht? Muss immer alles ein Grund haben. Incoming enemies, prepare for conflict. Och, Menno. Äh. Runter mit dir den Keller, du Frau. Jasmin, die Frauen wollen aus dem Keller. Ist das genehm? Nein. Okay, gut. Dann hab ich alles richtig gemacht. Sie und ihr Mann sind wieder da, wo sie hingehören. Und ihre pubertierende Tochter. Ganz schön aufdringlich. Jasmin, du erzählst nie, was ich gefunden hab. Ich komm hier, glaub ich, nicht mehr raus. Ein Loot-Bett. Wo bist du denn? Drinnen im Haus, aber irgendwie kommen hier die ganze Zeit welche rein. Okay. Ja doch, ich hör's. Ich weiß gar nicht, wo ich hier wieder rauskomm. Hier auf jeden Fall nicht. Durch die Tür? Was ist der Fächer denn? Bist du durch die Tür rein? Was ist das denn? Fernseher? Hier, Kohle kann man hier noch. Oh. Regnet auch. Ich bin hier jetzt schon drei überladen. Oh. Wo bist du überhaupt? Irgendwo im Keller. In dem Haus? Äh. Äh. Ja, also. Ja, also. Ich sag jetzt mal ja. Ich weiß nicht welches Haus du meinst, aber ich sage ja. Äh. Hier hat mal einer... Oh, was ist das denn? Hier hat mal einer einen Schlafsack hingepackt. Ich nicht. Meinst du es gibt noch andere Überlegungen wie uns? Was? Wie wir nicht. Wahrscheinlich in der Schlauere. Was? Was? Das halte ich für ein Mythos. Äh. Nö. Nee. Nee, nee. Also. Messing-mäßig? Äh. Ach du Gott. Entschuldigung. Oh Mann, ey. Das ist mein Schreiter nicht so. Was sollen die Leute... Das sollen die Leute... Das sollen die Leute... Das sollen die Leute... Das passen, wie die Leute von dir denken. Oh. Das ist mir eigentlich recht lax. Oh. So, wo kommt er denn? Ich höre euch doch. Ich werde eins mit dem Schatten und schleiche nachts 5 Prozent besser. Nicht leiser oder irgendwas, sondern besser. Jasmin, ich kann jetzt besser schleichen. Oh. Sag mal. Jetzt reicht es mir aber. Was halten die für eine Ausdauer? Ich sag höre mal. Der hat bestimmt den Tyrannosaurus Rex gelevelt. Mhm. So sah die auch aus. Ah. So. Jetzt aber Kopf weg. Ach, Girls and Boys. Äh. In the house. In the house oder outside the house? Ist egal. It doesn't matter, ja? Kann ich nicht. Hm. Beim Belgisch schon immer gut. Wieso haben denn die... Sag mal, sind wir hier irgendwie in den Tropen oder so? Dass die Leute das nicht nötig haben, die Bude zu heizen? Mir wird auch keiner erzählen. Ist der kalt oder was? Ja. Wollt so einen Messingheizkörper haben, aber irgendwie die Leute haben es hier nicht nötig. Oh. Die frieren lieber. Die alten Geizknochen da. Oh. Jasmin, hier ist ein Schinschiller und ich habe keinen Platz, es mitzunehmen. Was? Ein Schinschiller. Jetzt nur mit dem Schinschiller. Oh, die sind flauschig. Ups. Ich hoffe, ich schaffe das. Äh. Äh. Du musst mal auch an den Rohren draußen gucken, da ist immer so ein... Warte, ich muss mich beeilen. Gelbes, das ist Messing. Aber ist nicht die Welt, ne? Doch, ihr habt da ein bisschen mehr als das... Oh, nicht diese Rocker, ey. Du scheinst gut klar zu kommen. Oh, ich bin ja auch gut. Was ist das jetzt? Ah, dieser Rocker. Wieso laufe ich eigentlich... Wieso bin ich eigentlich überladen gelaufen, wenn ich Peter dabei habe? Peter hat... Das fragt sich Regina wahrscheinlich auch gerade. Peter fragt meinen Scheiß. Master, we are not alone. Oh. Das hat der echt überlebt, ist ja frech. Lalalalala. Das werden wahrscheinlich noch mehr sein, wenn ich... Habe ich eigentlich Punkte zu vergeben, sag mal? Sch... Try. Try. Ähm... Try, sag doch. Ähm... Try, sag doch. Ey. Püfft. Püff. Püff. Uäh. Uäh. Iii. Oh. Diese dicke. Da durch bist du? Das wird mir gut tun. Und Jasmin, wie weit bist du? Wie viele Heizkörper hast du gefunden? Gar keinen. Geil. Aber wie viel Messing habe ich denn? 28 habe ich schon. Ähm... Ist das nicht die... Oh, nö. Ja, wie fährst du denn? Hehehe. Ich habe jetzt insgesamt, ich weiß gar nicht, ich habe ja ausgeladen schon einmal. Am Auto. Alter, mein Herz war gerade richtig... Muschi. Hier war ich doch schon drinnen. Oh, Jasmin sagt doch was. Was haben wir denn hier? Äh... Der ist zu Ende. Oh, der war richtig gut hier gefunden, ey. Ich habe hier dein Lieblingsgegenstand gefunden, den du immer gerne wegschmeißt oder nicht mitnimmst. Papier, eindeutig Papier. Nee, du kannst nur über Papier reden. Nee, ich meine das andere. Ist blau. Blau ist Papier? Pappe? Pappe? Definitiv Pappe. Also ein Näh-Set kann es auf keinen Fall sein. Äh, äh, äh. Definitiv das Näh-Set. 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 Ach, da bist du. Hehehe, ich schleiche mich aber nicht ran. Indem ich mit der Axt das Holz zersplitter. Hier, Waschbecken musst du auch abbauen, ne? Äh... Wegen dem Wasserhahn oder was? Nee, hier gibt's auch Müssen. Nein, das Waschbecken. Warst du schon im Keller? Nein. Ich geh in den Keller. I've got a bad feeling about this. Hm, Farbe. Suchst du was, mein Jung? Hab ich denn da jetzt gekriegt? Du schraubst. Brrrr. Oh, das sah ja brutal aus. Mappen, ja. Ah. Du, 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 du. Hm. Hm. Hm, 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 sagt er nur. Ja, ich, äh, ich bin hier kein Messling. Die Was, äh, die Waschbecken und so auch. Lampen. Du bist bestimmt schon am Vorfeld vorbeigelaufen. Ich? Nee. Draußen an den Rohren, ne? Da ist manchmal was Gelbes rum. Ja. Das ist Messling. Ja. Ja. Hab ich mitgenommen jetzt? Hab ich jetzt mitgenommen? Hab ich jetzt mitgenommen? Jasmin. Oh. Oh, was? Weg. Wie geil ist das denn? Heftig. Ja, ein Hauf von nix. Nee. Na sicher. Hier auch. Auch nix. Achtung, Jasmin. Ja, sag mal nix, ne? Ach, verraten. Lass uns mal weiter Richtung City. Weil hier ist irgendwie... Ja, die Leute hier haben keine Heizkörper. Ich muss eh gleich meine Sachen ins Auto packen. Mhm. Ich werde verfolgt. Hilfe. Ich wollte meine Sachen ins Auto... Ist sehr doof, ey. Ja, ähm... Ich wollte... Alter. Ist er da drin, ey. Guck, was ist der Schalter? Was? Was? Oh, ne, set. Weißt du, wo die eigentlich viele Heizkörper haben müssten? Im Schneegebiet. Ja, wahrscheinlich. Müssten wir da hin. Nee, Kaffee behalte ich. Das werden ja keine Hinterbildler sein, die hier mit Feuerholz heizen, oder? Ja. Oh. Bündel ist soweit. Ja, ja. Passt du auf mich auf? Ja. Ja, 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 ja. Ich hab dich im Auge. Klar. So, los. Wir können. Habe ich meine Helmut auf? Äh, Wackelroch. Du hast doch gesagt, wir können. Ja. Ich muss warten, bis du eingestiegen bist. Ach so. Ach ja. Dann fahr ich doch. Ja, stimmt. Finger weg von meinem Steuer. Ja. Und Hirsch, D, wie auch immer. Ja, tut mir leid, aber wir brauchen Fleisch. Survival, Bitch. Entschuldigung. Wird mir durchgegangen. Oh, Jasmin. Ja. Hat doch mal, wer recht hatte. Guck mal, komm mal mit, komm mal mit. Ja, bleib doch mal lecker. Lecker. Ich, oh, danke. Ach, ich bin schon süßer, ne? Lass doch mal locker, Mann. Ich bin schon süßer, ja? Richtig zum, richtig zum Anweisen bin ich. Aus dem Schrank kommen die. Ja, komm doch. Hä? Äh. Pfanne. Was ist denn das für ein Schreier? Hm, keine Ahnung, aber ich stehe hier safe. Ich nicht. Was ist das? Keine Ahnung. Was war das? Er ist ein Holzfäller auf jeden Fall. Aber da war doch noch ein anderes Geschrei. Oh, nee. Was denn? Diese Musik. Oh. Was ist auch noch ein Halskörper? Ein Halskörper? Heiz. Toll. Ich will wissen, was das war. Das war hier vor der Tür. Ja, aber das war doch nicht er hier, oder? Hast du gerade Glas kaputtgeschlagen? Nein. Oh, ja. Äh. Gnädigste, das ist Sachbeschädigung. Sowas ist strafbar. Wir sind in Texas. Howdy. Ich verteidige nur mein Haus. Howdy. 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 Ich glaube, da oben geht's weiter, ey. Äh, nö. Nö. Ich kann mich gerade nicht entscheiden, ob ich jetzt vor- oder zurück-scroll. Das hab ich einmal den Faxen-Dicke hier. Jasmin. Oh, ja. Ja. Das ein Zeichen ist, dass man buddeln soll? Scheiße. Jasmin, bitte. Hm? Nicht vor den Kindern. Hä? Oh, was ist das denn? Bauplan Schrotflinten-Geschützturm. Mod. Also, Buch. Oh. Ja, ja, ja. Well, well, well. Hm. Doch, dieses komische Geräusch, das sind die Holzfäller. Ja, das hab ich. Ich geb's noch. Kommste klar? Ja. Gut. Oh, wo geht's denn hier oben hin? Bist du oben? Ja. Oh. Denn, äh. Ja, au. Dickschwitz, ey. Du kommst zurecht, ja? Schönes Ding. Oh, was ist das denn? Oh, hier sind ganz schön viele versteckte Bilder. Kommst du klar, oder? Ja. Meine Seele hat nur kurzzeitig meinen Körper verlassen. Aber ist uns alles cool? Also, wie immer. Hä? Hier gab's nur ein Heizkörper, das ist aber traurig. Ich hab unten auch schon einen gemacht. Hm. Ich hab doch unten auch schon welche. Ich guck mal, ein Böhr. Oh nein, ich hab in mein Auto geschossen. Weg von meiner... Das ist mein Auto, du ruf. Was machst du da? Du doof? Oh Gott. Du machst mir keine Angst. Mehr. Böhr. Mehr. Böhr. Nee, mehr. Böhr? Schitter. Was wär ich? Niemals. Selbst die Angst hat Angst vor mir. Äh. So. Jetzt wird's langsam ein bisschen doof hier. Äh. Kommst du immer noch klar, oder nicht? Hm. Ach. Ich bin doch schon viel weiter. So, ich geh mal bei den Nachbarn gucken, ja? Drei Blatt Papier. Die werden wir brauchen. Ach, da ist er. Da hinten ist noch ein Hund, oder so. Hä? Nee. Einmal kurz reinluschen hier. So. Was haben wir noch? Das ist ja jetzt doof, wenn du nicht hier bist. Aber ich versuch's jetzt einfach mal. Schnell. Ja. Das war ja easy. Hallo. Mega die weißen Augen. Oh, Jasmin, der Tag ist hier rettet. Ich hab Holz gefunden. Holz. Ja. Okay. Ähm. Ja. Ähm. Ehrlich? Das wär mir jetzt noch nicht aufgefallen. Oh. Was haben wir hier noch? Jasmin, ich hau mir mal ne Gemüsesuppe im Kopf, ne? Hm. Wie lange du den neuen Kopf haust, wenn ich ankomme? Ich stell mir jetzt grad bildlich vor, wie sich einer so ne Schüssel mit Gemüsesuppe ins Gesicht haut. Äh, 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 da. Das war ja brutal. Ich hab den Mund geköpft. So. Nein, 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 nein. Du platzt jetzt nicht bei mir. Hm. Hä? Wie weit geht denn der blöde Tunnel? Ich wollte die Hütte auch noch durchsuchen. Wow. Echt jetzt? Hm. Also den Weg wieder zurück. Was ist denn bei dir los? Dann kommst du ein Papagei, der noch ein Hund dazu. Hund? Hattest du keinen Hund? Ah! Oh, halt doch mal auf, ey. Alter, ich bin heute so schreckhaft. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das glaubst du mir nie. Der hat mich einfach geschlagen und ich dachte, das ist alles bei dir oben. Oh, Messing im Müll gefunden. Oh, geil. Ja, ja. Jetzt verschlossen. Du glaubst mir nie, wie schreckhaft ich heute bin. So wie immer, aber nicht. Na, hör mal. Na. Na. Sind die ganzen Türen verschlossen? Na, hör mal. What? Master, we are not alive. Why? Warum? Warum isch das so? Ja, ich laufe hier in den Schnee, wo gar kein Schnee ist. Bist du doof? Wieso sagst du das jetzt? Was? Ach, Peter. Hm, wir sind nicht alleine. Ja, aber wenn ich hier auf die Fresse kriege, dann sagt er nicht ein Ton. Dann bin ich auf mich alleine gestellt. Genove. Genove. Komm, ich verzeih' dir. Nee, da ist noch ein Tunnel. Mensch, hier ist aber kalt, du. Hier war ich schon. Hier war ich auch schon. Schnell weg. Sag mal, hör doch mal auf, so rumzuschreiten. Wieso beißt denn der Hund nicht? Ich bin nicht mal infiziert, Junge. Ich hab das Bett abgebaut. Jasmin, du kreischt hier in einer Tour. Das ist ja... Die Leute gucken die Folge nicht. Du bist so laut. Ja, genau. Ich. Schöpfe. Also, wer bis hier noch dran ist, bitte mal einen Daumen oben lassen. Dann seh' ich das. Das war's. Für was? Na, dafür, dass man so weit noch geguckt hat. Incoming enemies, prepare for conflict. Pass auf, das Video krieg ich jetzt alleine, um mich zu mobben, nicht einen Daumen. Einen Daumen. Alleine, um sich über mich lustig zu machen. Also, die paar Daumen, die ich kriege, kommen auch nicht. Hä? Alter, hier ist richtig. Er feuert sich wieder selber. Nein, das sah so dumm aus. Au! Alter, was ist denn mit dem verkehrt? Der ist doch auf Anabolika oder so. Mein Gott, hier ist aber viel. Also, ganz gesund ist das nicht. Du auch nicht. So, mit einem Arm und einem Auge. Na, der Typ war verrückt eben. Was ist denn das hier? Ich hab mal einen Wolf getötet, ne? Damit wir mal ein bisschen Nahrung haben. Herzlichen Glückwunsch plötzlich. Ich hab mal einen Huhn gekillt, ne? Damit wir ein bisschen Nahrung haben. Ey, diese Scheiße. Wow. Oha. Ich muss laden. Laden, 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 laden. Piss dich. Was? Die, die bist du. Die kommen von oben runtergeflogen. Brauchst du Hilfe? Ich muss raus erstmal. Brauchst du Hilfe? Oh, ich hab alles in der Kontrolle. Oh, du brauchst nichts sagen. Ich hab alles in der Kontrolle. Das ist gut. Alter. Ich bin da grad nicht weggekommen, ey. Wolle nicht. Ja, weil ich auch nachladen muss. Das ist immer die Kacke, wenn du nachladen musst und du hängst da fest. Mach dir doch eine Patronengurt-Mod rein. Hab ich doch schon. Achso. Aber irgendwie bringt die nicht viel, finde ich. Mach dir doch ein erweitertes Magazin rein. Wie viel Schuss hat man denn da mehr, dann? Ich habe kein erweitertes Magazin. Naja, der haut dich auf die Kacke und weißt du gar nicht, was er da labert. Oh, wie doof ist denn das jetzt hier? Alter, hier ist wohl das Mazaka, ey. Aber wieso hast du gerade gekichert? Nein, nur so. Achso, okay. Okay. Das würdest du nicht verstehen. Okay. Weil du ja doof bist. Ja, aber nur vom Montag bis Sonntag. Heutkohlegrill. Mann mit Grill sucht Frau mit Kohle. Aber wenn ich diese Mod habe. Ja. Dreifach Taschenmod für Rüstung. Aber achte. Und dann habe ich Patronengurt-Mod. Hallo, was ist noch da? Achso, du hast mit mir geredet? Ja. Oh, Entschuldigung. Was? Ich war gerade, ich habe gerade geträumt. Was war sonst? Oh, hier ist ein Hälte. Weird. Master, we are not alone. Oh, ja. Ja, ja. Ich sehe es. Wieso seid ihr so schnell? Ratsche Waffe. Ich muss nachladen. Versuch mit denen zu kommunizieren. Sie wissen, dass du doof bist. Ja, stimmt. Sie spenden sogar schon für mich. Ich kann das nicht so gut mit dem Ostdeutsch. Ich weiß. Ich will das auch können. Lass das lieber. Ja. Kriege ich noch Bedrohung oder so. Ich fühlen sich einige begleitigt vielleicht, weil du es so schlecht machst. Das kannst du haben. Hey, komm mal, ey. Wart das aber gerade übrigend? Hier kommt aber schon gleich noch irgendeiner raus, bis hier jumpt. Hallo? Ist hier jemand auf der Toilette? Nee. Oh. Ich glaube, ich kriege hier nichts. Kühlschränkli. Ja, und wozu ist hier so ein großer, geheimer Keller, wenn man hier... Was ist eigentlich hinter der Tür? Eine Rohrpange Stufe 6. Geil. Hä, ist das draußen? Bin ich nicht. Äh. Weiß ich nicht. Ach so. Ob Jasmin hier drüben ist? Nee, also ich glaube nicht, dass Jasmin hier ist. Wo denn? Doch, Jasmin ist da. Aber nicht im Keller. Das ist wie Hau den Lukas. Also hier kommen so viele Arme durch die Wand. Oh, voll erwischt. Hau den Lukas. Witzig. Ich habe gerade mit Lukas geschrieben. Quage. Muss nicht jemand sagen. Hau den nicht los, ey. Kleinen Moment, ich muss mich ja auch noch konzentrieren. Gib mir deinen Kopf. Ich habe mich erwischt. Doch nix, wenn du dich konzentrierst. Das schon geht? Nee. Ne. 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 kommst du klar? ja die hauen alle ab von mir äh ich hab hier einen richtig fetten, oh warte mal, topel? okay, froh ihr Frunten äh was hältst du denn aus, mein Freund? Schiebung, eindeutig Schiebung wie wende ich denn die Dietrich hier an, hier? so? äh, oh, Jasmin eher gedrückt halten nee, eher gedrückt halten ah reicht nicht, ey glaub ich hast du noch Dietrich hier? äh, nee, leider nicht, leider gar nicht oh nein nein, nicht das auch noch kann ich nicht schießen die Chemiestation hat eine unsichtbare Hitbox über sich äh 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 kommen die jetzt zu mir hier, oder? ne, zu mir ach, hier oben geht's ja auch noch Da oben geht es auch noch weiter. Bist du oben? Nee, unten. Ich hoffe, die kommen jetzt hier nicht rum. Von mir und dann gleich. Kannst du gleich denn einmal hier zu mir kommen? Hier ist ein Tresor, ein Riesenfetter. Ja, hier auch. Also, ich bin schon fünf beladen. Mal wieder das gleiche Problem. Wo bist du denn? Bist du noch über mir, ne? Ja. Weiß ich nicht. Ja, pass auf, ich plündere hier noch. Ich hoffe, ich habe hier Ruhe. Und dann komme ich hoch. Die sind doch hier oben auch. Die sind voll laut. Ja. Ich warte auch eigentlich darauf, dass sie reinkommen. Hier oben ist weg. Ich habe keine Dietriche, ne? Nee. Kann ich nicht welche Dietrich? Nee. Wie geht's noch weiter? Alter, Später, wo bin ich denn hier, ey? Da kann man noch runter, ne? Hier bei mir. Da muss ich reinkommen. Da muss ich reinkommen. So, dann würde ich sagen, das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder im Endkampf. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. I've got a bad feeling about this. Oh, hab ich jetzt auch.